Let's Play The Walking Dead Let's Play The Walking Dead Let's Play The Walking Dead Going for it? What does that mean? It means I'm already bitten. I just have to push my way through. What the fuck? Find me when you get down. What the fuck does that mean? It means what it sounds like. Hotels around the corner. Find Clementine and me as soon as you can. You're crazy! There's no other way. Er spürt ja nix mehr in dem Arm, hat er gesagt. Lee, alter, was zur Hölle? Alter, und die Musik? Badass motherfucker! Oh, God! Oh! 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 Alter, die Musik, ey, und diese Szenerie. Wow, hohoho, nice, wir haben es geschafft, wollen wir jetzt aber nochmal gebissen, ich habe es jetzt nicht so genau mitgekommen, habe ich da zu spät geklickt, oder ist das vom Spiel egal, wir leben noch, so teilweise, wir sind blutüberströmt, okay, 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 der Fug, da ist man drin. Da, was zur Hölle? Wer bist denn du? Danke du, siehst auch nicht gerade gesund aus. Okay. Nenn sie nicht noch einmal so. Ich habe nichts dabei, ich habe nichts bei mir, ich schnetzel mich hier nur durch eine Zombie-Horde. Ah, scheiße. Okay, fine. Und das ist was ich dachte. Du sollst nicht lieben. Sit down. Aber das Wort lie steckt doch in dem Namen Lee irgendwie schon drin. Ach, ist doch egal. Gut, ob ich ja nicht. Gut. Du bist gleich. Gut. Nun. War dem das Auto aus Episode 2? Ganz zum Schluss von Episode 2. Wo die anderen draus geklaut haben. Das ist, was Clementine gesagt hat. Warum nicht du? Es war nicht richtig. Es war nicht unsere Sachen. Das ist wirklich gut von dir. Schau, was willst du mir sagen? Ich will nicht, dass du nichts sagen willst. Ich will, dass du wissen willst, was passiert. Und du bist... Hast du schon jemanden gehört, den du interessierst? Ja, ich glaube... Ja, natürlich. Wer? Ben! Nein. Die Frau, die Frau, ihre Eltern. Ich bin nicht sie. Ich habe sie gehört. So schlecht. Ja, wer nimmt auch seinen kleinen Sohn mit jagen? Also, es gab es letztens einen Fall. So einen Amoklauf, da nahm die Mutter den Sohn mit schießen. Wie er klein war. Weiß es auch nicht, worauf ich da anspiele, aber... Wir haben ihn nie gefunden. Ich hörte sie so schlecht. Oh mein Gott, das kann er doch nicht sagen! Und all unsere Sachen war weg. Deine Leute sind... Das Arschloch in der Ballkappe... ... ist eine scheiße Frau. Ey! Ich könnte ihr ihren Vertrauen bekommen haben, wenn sie unsere Situation so zufrieden haben. Siehst du den Scheiß, den ich darauf gebe? Egal. Ich weiß, dass sie die Frau älteren sind. Ich verstehe sie. Nein! Und sie hat uns befreit. Die Frau kämpft. Ich wollte auch die Frau, die Frau so zufrieden haben. Und sie haben ihn geflogen. Und dann war sie weg! Dann wurde er einen Schritt. Und wir haben sie gebracht. Entscht. Und dann? Ich bin nicht so wie du. Du hast einen Mann mit einem Pitchfork in fronte einer kleinen Mädchen. Ich habe was ich hatte. Du hast eine Gefängnisvolle, grüßende Frau. Sie hat es verdient. Du hast sie in der größte Gefängnis in der Stadt, wo sie hätte sterben können. Das ist nicht die ganze Geschichte. Die ganze Geschichte? Ich glaube, du willst ein paar aufs Maul. Wie kannst du all das wissen? Der Penner, ey. Du bist ein Monster. Du bist ein Mörderer. Wer ist hier das Monster von uns beiden? Alter. Wie weißt du, wenn du dich mal selbst umbringst und deine Probleme löst, ja? Damit. Suizid ist immer die beste Lösung. Ich bin immer für die anderen. Für Revenge. Zumindest in deinem Fall. Aber die mehr ich hörte über die Dinge, die du getan hast, und den Gefängnis, die sie in der Stadt war, unser Plan hat verändert. Lied, hörst du mich. Ich brauche, dass du das hörst, bevor du das nächste Mal passiert hast. Ich kann sie sich umfassen. Nein. Wir können eine Familie haben. Ich glaube, du wirst nicht wissen, wie alt sie ist. Doch, sie ist alt. Wrong. Was? Sie ist neun. Aber? Ihr Geburtstag war sechs Tage vor. Ja, da hast du sie entführt, du Arschloch. Ich weiß, wie ein Dad. Nicht ganz, aber egal. Sie wird nicht auf das, was sie mit dir war. Komm. Komm. Nein. Das ist nicht passiert. Du bist verrückt. Guck dich mal an, Alter. Ich bin Bill. Was? Ich habe Bill. Und ich werde sicher, dass du den gleichen Weg endest. Ich werde sicher, dass du mich in die Hände schraubst. Nein. Ich werde mit ihr und du in den Straßen schraubst. Nein. Was ist denn da hinten? Hey, Honey. Ich denke, das wird alles funktionieren. Was? Was ist denn? Was ist denn? Hat der da einen Kopf in der Tasche oder was? Ich bin glücklich. Was ist denn da hinten? Clemmy. Oh. Ich wünsche, du hättest es nicht so schlecht bekommen, aber es ist alles vorbei, Hon. Ist es nicht? Nur so. Ich liebe dich, wie du so gesehen hast. Ich liebe dich, wie du so gesehen hast. Ich liebe dich, wie du so gesehen hast. Ich liebe dich so viel, Tess. Du magst Clementine viel, aber sie ist nicht Lizzy, aber sie ist süß. Sie würde nicht so viel fliegen. Welch Zufall. Ich hätte doch die Ding nehmen sollen, aber ich glaube, da hat Clementine irgendwie nicht so ganz mitgespielt. Wow. Ich bring dich so um. Oh, ich klopp hier auf das Kuh drauf. Das glaubt ihr mir gar nicht. Oh, ich mache mich. Whoa! It's okay. It's okay. You look horrible. I'm good. Let's just get somewhere safe. You don't smell good. Yeah, I know. It's like blood. Did he hurt you? No. Not really. I'm sorry, Lee. Cleo, it's okay. We need to get you somewhere safe. Then we have to talk, okay? Yeah. Everything's okay now. We need to figure out how to get out of Savannah as fast as we can. Hey. You saved me. It's my fault. Everything is dangerous. Like you said. It's okay. You learned. It's okay. It's okay. What is in your Tasche? It's okay. Oh, my God, bist du ekelhaft. Alter, ist das ein ekelhafter Typ. I'm kidding. No, I know. Der hat den Kopf von seiner Frau, zombimäßig, in seiner verfickten Tasche. Hüaah! Wow, wow, wow. Ich rieche nach Tod. Ich rieche nach Zombie. Ist das jetzt wie in der Serie? Dass wir uns da jetzt mit dem Gedärmen von den Typen da... Nein, ernsthaft? Oh, geil. Aufschlitzen, 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 aufschlitzen. Ah, ist doch schön warm. Oh! Oh, die Arme. Ah, das ist so ein Doppelig. Ja, das war's. Ich dachte, es war weg. Ich dachte, du war weg. Danke. Bleib gleich neben mir. Geh sehr langsam. Nicht schau mal an. Und nicht panik. Ich werde dich sicher. Äh, jetzt hängt es auch noch an zu regnen. Wie in der verfickten Serie. Geil. Aber allzu lange kann ja die Episode nicht mehr gehen. Wir haben jetzt Clementine. Jetzt müssen wir nur noch Christian und Omit finden, oder? Obwohl, wie geht es dann weiter mit Lee? Denn er wurde ja gebissen. Hallo. Wir sind nur auf der Durchreise. Ist gar kein Problem. Uns geht es soweit ganz gut. Wir sind auch nur Zombies. Warum seht ihr Zombies alle gleich aus? Entschuldigung. Sag mal du Fettsack, warum bist du hier eigentlich zweimal? Komm, in den wollen wir nicht reinlaufen. Das sind doch nicht ihre Eltern, oder? Nein. Lee? Scheiße. Ich überziehe jetzt hier. Ich denke, die Episode ist nämlich bald rum. Und ich werde das jetzt an einem Stück durchspielen. Wake up. Please don't be dead. Please, no. Sollte der Part dann 40 Minuten gehen, cutte ich das. I was so scared. Aber... I thought you left me. So eine halbe Stunde müsste gehen. I... I saw my parents. I didn't get to you, right? No. Oh, we got away. They're dead, for sure. I'm done. We have to get out of here as fast as we can. We can't. We can't. There's thousands of them outside. We have to. I'll protect you. Oh, sie blie Scheiße aus. I saved you. We're safe here. I locked us in. Get that door open. I can't. Do it. Hör doch auf sie anzuschreien. It was only a little open when I found it. I closed it to keep us safe. Pull on three. One. Two. Three. Three. No. 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 Yes, there it is. It's gonna be okay. You are gonna be okay. We just have to think and work together. Okay. I think there might be a way out over there. Mhm. Good, good girl. Let's go. I might be a little slow. Ah, Snowpie. Let's play The Walking Dead Episode 5. Und Lee steht kurz vorm Ende und deswegen denke ich einfach, dass jetzt auch bald das Spiel zu Ende sein wird. Wow. Ich hätte nicht gedacht, dass es irgendwie solche Züge annimmt. Dass wir, dass Clementine entführt wird, dass wir dann ihre Eltern als Zombies finden, hätte ich echt nicht gedacht. Ich hätte vielleicht gedacht, dass wir sie niemals finden, aber das ist doch okay. Egal. Wir sehen uns dann das nächste Mal. Ich hoffe, es gefällt euch soweit. Und vielleicht ist die nächste Folge ja schon die letzte. Bis dahin. Ciao. Ciao. Ciao.